Und ihr folgt jetzt am Rednerpult Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für mich schließt sich jetzt heute in meiner ersten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag und ich hoffe, dass noch einige Folgen werden, auch so ein gewisser Kreis, muss ich sagen. Meine erste Rede im Deutschen Bundestag durfte ich genau zu diesem Thema halten. Ich gehe davon aus, dass das jetzt auch meine letzten dieser sein wird. Und ich darf schon wieder zum gleichen Thema reden. Dazwischen lagen, Frau Hiller-Ohm, Sie sagten eben sieben Reden. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie oft wir über dieses Thema debattiert haben. Aber in meinen Augen hat sich von jeder Debatte aus die Sachlage auch nicht unbedingt geändert. Deswegen ist vielleicht so im internen Kreis vieles Wiederholung, was ich jetzt heute sage. Aber ich will vielleicht noch mal die ganze Thematik auch ein bisschen versachlichen, ein bisschen von der Bauchebene runterholen und vielleicht noch mal so ein bisschen auf bestimmte Dinge eingehen, die in dieser Diskussion hier auch heute in meinen Augen zu wenig beachtet worden sind. Natürlich, und das schicke ich ganz deutlich vorweg, wäre es uns und mir persönlich auch am liebsten, dass wir nur unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse hätten und dass wir da quasi eine Befristungsquote auf null hätten, meinetwegen. Aber man muss sagen, die Realität ist nun mal leider Gottes eine andere. Und auch die wirtschaftlichen Begebenheiten sind eine andere. Und um die Bedeutung der Befristungen und auch der sachgrundlosen Befristungen noch mal hervorzuheben, muss man ganz deutlich sagen, dass für viele Beschäftigte, die jetzt einen Arbeitsplatz haben, gerade die Befristungen auch eine Brücke in den Arbeitsmarkt waren. Das darf man doch, doch, das stimmt sehr wohl, das stimmt sehr wohl, wenn Sie sich doch mal anschauen. Jetzt kommen wir mal auf Zahlen zu sprechen. Wir haben mittlerweile erwerbstätigen Zahlen, die Rekordzahlen erreichen. 44 Millionen ist jetzt schon angekratzt. Und bei welchen Zahlen lagen wir 2005? Karl Schieberling ist eben darauf eingegangen. Ich brauche es nicht noch mal zu wiederholen. Und das Gleiche gilt auch für die Arbeitslosenzahlen. Die sind seit 2005 von 5 Millionen ungefähr mittlerweile auf 2,6 Millionen zurückgegangen. Das ist so. Die Brückenfunktion hat deswegen funktioniert, weil eben auch die befristeten Beschäftigungen im Rahmen des Klebeeffekts auch durch Übernahmen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übergegangen sind. Und da haben wir insbesondere immer noch Quoten, Übernahmequoten, die bei annähernd 40 Prozent liegen. Und das finde ich persönlich sehr viel. Wenn Sie sich jetzt auch mal die befristeten Beschäftigungsverhältnisse ankommen, Sie können natürlich hier mit absoluten Zahlen arbeiten, dass Sie sagen, stetig steigt natürlich auch die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse. Da müssen Sie wohl aber auch dazu sagen, dass natürlich die Arbeitslosenzahlen weiter sinken, dass die erwerbstätigen Zahlen weiter steigen. Das geht natürlich dann mit einher. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man den prozentualen Zusammenhang und die Relation einmal sieht. Und da muss man sagen, dass wir derzeit mit 7 Prozent... Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von den Kollegen? Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu debattieren. Dieses Thema jetzt zum siebten oder achten Mal im Deutschen Bundestag. Da sind alle Zwischenfragen gestellt. Es ist so, dass wir bei einer Befristungsquote von circa 7 Prozent liegen. Wenn wir uns das einmal anschauen, wie das so in den letzten Jahren verlaufen ist, dann muss man auch sagen, dass der Verlauf zeigt, dass die Befristungen auch ihre Funktion erfüllt haben. Wir hatten nämlich, wenn wir von 2000 an beginnen, bis 2010 einen Anstieg von befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Ich weise aber auch darauf hin, dass wir 2008, 2009 auch eine Wirtschaftskrise zu bewältigen haben. Und dass es dann gerade auch die befristeten Beschäftigungsverhältnisse waren, die dazu geführt haben, dass die Menschen in Arbeit gekommen sind. Und wir dann auch darüber hinaus wieder gut aus der Wirtschaftskrise hinausgekommen sind. Seit 2010 sinkt die Zahl aber wieder. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass die Arbeitgeber hier sorgfältig mit diesem Instrument umgehen. Wenn wir uns auch mal die konkreten Branchen anschauen, dann muss man sagen, von den 7 Prozent der befristeten Beschäftigungen sind mehr als die Hälfte im öffentlichen Dienst angesiedelt. So, und wenn ich in dem Bereich jetzt auch noch den wissenschaftlichen Bereich dazunehme, dann sind es von dieser Hälfte wiederum mehr als die Hälfte im öffentlichen Dienst, die auch wieder befristet beschäftigt sind. Was haben wir gemacht? Das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was wir auf den Weg gebracht haben, um da auch entsprechende Regelungen einzuziehen. Das heißt, die Privatwirtschaft als solche steht hier etwas außen vor. Und jetzt will ich Ihnen mal ein paar Beispiele aus der öffentlichen Hand bringen. Frau Helleohm, Sie haben uns eben sehr stark angegriffen. Jetzt darf ich den Ball mal zurückspielen. Ihr Nochfinanzminister in Nordrhein-Westfalen, Borjans, schreibt Stellen aus, in welcher Form sachgrundlos befristet. Sie hätten ihm ja mal Bescheid sagen können, dass er das vielleicht nicht tun soll. Dann wäre das natürlich nicht gesehen. Sie machen selber von dem Instrument Gebrauch. Und dann müssen wir, nein, ich lasse die Zwischenfrage nicht zu. Ich habe da gerade schon was zugesagt. Darüber hinaus darf ich vielleicht auch mal ein positives Beispiel aus der öffentlichen Hand bringen. Und ich darf das aus meinem Wahlkreis zitieren. In meinem Wahlkreis gibt es eine Behörde. Da sagte der Behördenleiter irgendwann mal, Mensch, ich habe hier vier Beschäftigte. Die habe ich stets in Schwangerschaftsvertretung die befristeten Arbeitsverhältnisse verlängert. Ein Sachgrund, der zieht, wo keiner was gegen sagen kann. Im Ergebnis. Aber was hat er sich gesagt? Ja, Mensch, die Leute, die können ja auch nicht richtig planen. Ihr Argument immer. Was hat der Behördenleiter gemacht? Der Behördenleiter ist hingegangen und hat gesagt, komm, wir stellen die jetzt unbefristet an, weil mein Apparat ist so groß. Ich werde also nach den verlaufenden Jahren, werde ich ständig auch wieder befristet, werde ich ständig eine Schwangerschaftsvertretung brauchen. Deswegen kann ich die auch gleichzeitig voll anstellen. Ich darf in dem Rahmen mal erwähnen, und das erfüllt mich auch mit einem gewissen Stolz, dass dieser Behördenleiter der CDU angehört. Was geschah aber in der Debatte im entsprechenden Kommunalgremium? Ich darf hier auch sagen, es ist auch mit einer absoluten Mehrheit CDU geführt. Da wurde in der Opposition auf einmal drauf losgehauen und wurde gesagt, Mensch, wie kann man denn jetzt den Personaldeckel wieder erhöhen? Bis man denen dann mal erklärte, was die Hintergründe waren, ich habe es gerade gesagt, da muss man ganz ehrlich sagen, da sollten wir noch mal ganz kleine Brötchen backen, auch von Ihrer Seite aus. Lassen Sie mich noch einige Worte zur sachgrundlosen Befristung verlieren, und das ist mir ganz besonders wichtig. Die sachgrundlose Befristung ist noch das einzige unbürokratische Flexibilisierungsinstrument, das wir im Arbeitsrecht haben. Alle anderen Flexibilisierungsinstrumente sind sehr stark reguliert. Wenn wir wollen, dass die Wirtschaft noch atmen kann und dass man auf entsprechende Auftragsspitzen auch reagieren kann, auf ungewisse Zukunft, wie wird sich die Konjunktur weiterentwickeln, wie läuft die Entwicklung im Unternehmen, da finde ich, da brauchen wir schon auch ein Instrument, mit dem die Unternehmer entsprechend flexibel umgehen können. Und das Instrument der sachgrundlosen Befristung ist beschränkt auf zwei Jahre. Ich halte das für einen vertretbaren Zeitraum. Und danach, wenn das Beschäftigungsverhältnis weiterläuft, ist es sofort ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. In dem Falle halte ich das schon für geboten, dass es soweit ist, dass wir daran festhalten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, Karl Schieveling hat es ja eben schon gesagt, zeigt doch, dass der Weg der richtige war. Wichtig ist, dass die Menschen in Beschäftigung kommen. Natürlich am liebsten unbefristet. Aber wir müssen auch den besonderen Begebenheiten in einer gewissen Weise Rechnung tragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eben erwähnt, ich bin neuer Abgeordneter, deswegen steht es mir vielleicht nicht unbedingt zu. Und andere wären dafür sicherlich geeigneter, jetzt diese Aufgabe zu übernehmen. Aber ich bin nun mal der erste Redner nach Karl Schieveling. Karl Schieveling hat gerade seinen Abschied angekündigt. Lieber Karl, ich darf an dieser Stelle noch mal für unsere Arbeitsgruppe, aber auch für die gesamte Fraktion, darf ich dir noch mal einen sehr herzlichen Dank für deine Arbeit aussprechen. Dieser Dank, der kommt wirklich von Herzen. Und Karl, du warst immer jemand, das habe ich in dieser Legislaturperiode kennengelernt, aber auch alle anderen, die mit dir zu tun haben, die immer ein ausgleichendes Wesen hatten. Dieses ausgleichende Wesen hat dir es immer ermöglicht, sage ich mal, nicht nur Brücken zu bauen, sondern auch Brücken wieder aufzubauen, die eigentlich mal eingerissen worden sind. Und das ist noch viel schwieriger als neue Brücken zu bauen, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist dann noch immer so, das habe ich ja bei allen Gesetzen, die wir hatten, und die Diskussionen waren ja auch nicht immer ganz einfach. Aber deine ruhige Art und doch auch immer so dieses Bewusstsein, ja, wir haben hier noch ein Ziel vor Augen, das war immer sehr wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast eben noch von Werten gesprochen. Das gibt mir den Bogen dahin, dass das für dich natürlich immer so der entsprechende Kompass war. Und mit deiner Überzeugungskraft und auch mit deiner Art warst du eben auch für jeden eine Vertrauensperson. Und das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich gesagt haben. Vom, sage ich mal, kleinsten Abgeordneten hin bis zur Führungsspitze hast du sehr großes Vertrauen genossen. Und deswegen darf ich dir im Rahmen der Arbeitsgruppe, aber auch der Fraktion für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen und insbesondere auch Gottes Segen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Hölers. Den Wünschen schließe ich mich auch gerne an.